Es ist schön zu sehen, wie viele Leute hier sind, wenn es darum geht, dass man gemeinsam etwas feiert. Und hier sind ganz viele Menschen, die was tun wollen. Und das ist der Spirit, den wir heute zeigen wollen. Der Open Sunday ist ein kostenloses Bewegungsangebot für Kinder im Grundschulalter. Ein Familiengrundschulzentrum ist eine Schule, die neben gutem Unterricht Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote bereithält für die Familien der Schule, aber auch für den Sozialraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir brauchen die Leute, die die Angebote nutzen, die wirklich davon profitieren, die ihren Kindern ganz, ganz vieles ermöglichen, damit aus uns allen das Beste wird. Und deswegen ist Bildung und soziales Zusammenleben so wichtig. Wir kommen alle aus Familie. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir haben, dass wir wertschätzen, wie wichtig die Familie ist. Und wir drauf an die Länder, die Gotta sagen, dievad montieren, wie wichtig die Krankenhäuser. Und dann ist Bildung und ich glaube, es tut diese Weise, die Politik dieser Zeit nicht weiterentwickeltminute.